Aber von Sarah Leander zu Nina Hagen, die hier übrigens auch schon zwei Filme gedreht hat, führt eigentlich kein Weg hin, könnte man denken. Aber ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen. Und vielleicht ist dieses Wunder schon heute, in dieser Silvesternacht, um 23.43 Uhr geschehen. Bühne frei für Sarah Hagen! Bühne frei für Sarah Hagen! Bühne frei für Sarah Hagen! Wird einmal ein Wunder geschehen Ich weiß, es wird uns wiedersehen Ich weiß, es wird uns wiedersehen